Im Sommer haben wir noch Artischocken drauf, und zwar die ganz kleine Babyartischocken. Das servieren wir mit einer hausgemachten Aiolisauce. Die muss man dann so abzupfen, in die Soße zu tunken. Das ist eigentlich das gleiche Prinzip wie bei der grossen, einfach viel kleiner. Und in der Mitte hat es noch den feinen Artischockenboden, wo man, wenn man alles gezupft hat, erreicht man schlussendlich den feinen Boden. Da kann man den auch noch essen.